Willkommen bei dem weltweiten Partnerprogramm von Orakel, dem OMM Open Market Model. Mein Name ist Klaus Lehmann. Ich bin als OMM Manager verantwortlich für Österreich und Deutschland. Es geht bei dem OMM hauptsächlich um die Beziehungen zwischen Orakel, den Orakel-Partnern und unseren Endkunden so zu regeln, dass es zu einem reibungslosen Projektverlauf kommt. Wie Sie wissen, geht Orakel direkt zum Endkunden, aber wir schätzen auch den indirekten Kanal. Wir bauen hier auf die vielschichtige Know-how und die Marktnähe unserer Partner. Orakel hat mit dem Partnerprogramm OMM drei verschiedene Spielregeln oder OMM-Typen definiert. Sie selbst wählen den Typ aus, der gerade zu Ihrer aktuellen Business-Situation am besten passt. Am häufigsten wird übrigens der Typ OMM Resale gewählt. Lassen Sie mich an einem OMM Resale Beispiel den Ablauf und den Nutzen erklären. Angenommen, Sie haben ein neues Projekt entdeckt, das Sie auch später erfolgreich zum Projektabschluss bringen möchten, dann ist es enorm wichtig, dass Sie dieses Projekt so früh wie möglich selbst registrieren. Dazu gehen Sie einfach auf das Partnerportal Global PRM. Ihre Projektregistrierung geht nun zu mir, nur zu mir, zu Ihrem OMM-Manager. Ich werde Ihre OMM-Registrierung akzeptieren, wenn es sich um ein neues Projekt handelt. Also mit anderen Worten, es war bei Orakel noch nicht bekannt und ist noch nicht in unseren Systemen eingetragen. Das bedeutet für Sie, dieses ist Ihr eigenes Projekt und Ihr Orakel Direktvertrieb wird das auch respektieren. Ja, mehr noch, er ist sogar nach den OMM-Spielregeln verpflichtet, den Partner so zu unterstützen, dass der Partner diesen Deal auch erfolgreich abschließen kann. An diesem Beispiel OMM Resale können Sie sehr gut den Nutzen des Projektschutzes erkennen. Wie schon gesagt, es gibt insgesamt drei verschiedene Ausprägungen des Open Market Models. OMM Resale, der Partner verkauft. OMM Referral, der Partner gibt uns einen Tipp und bekommt eine Tipp-Provision und Non-Commission Co-Sale, die dokumentierte Mitarbeit. Und Sie entscheiden selbst, welches von den dreien Sie nutzen. Wenn Sie diese Wortteile auch nutzen wollen, kommen Sie doch in eines meiner nächsten Live-Web-Trainings zum Open Market Model. Jeden Freitag um 10 Uhr, 45 Minuten, E-Mail an klaus.lehmann.orakel.com. Bitte unter dem Stichwort OMM-Training. Ich freue mich auf Sie!